Ich bin in einer völlig anderen Welt aufgewachsen. Mein Vater ist etwas in der Zeit stehen geblieben. Wie war er denn so? Er war religiös, aber anders, abergläubisch. Und, was haben Sie in dieser Gegend verloren? Wir wollen zur Beerdigung meines Vaters. Die kriegen deinem nirgendwo nicht Viehbesuch. Ich bringe uns runter! Wo bin ich? Dein Flugzeug ist abgestürzt. Was ist mit meiner Familie? Baby, außer dir wurde niemand gefunden. Ich brauche einen Krankenwagen. Das nächste Krankenhaus ist 50 Meilen weit weg. Was denkst du, wo du hier bist? In New York City? Der hier? Der steht für dich? Alles, was mit ihm passiert, passiert auch mit dir. Ich heile dich, dann bist du wieder wie neu. All the dogs are going. Na schön. Sag uns, was du siehst. Du lebst zwar in der Stadt, aber du bist von diesem Land. Ich habe noch viel mit dir vor. Sie haben meine Familie. Sie hat jeden in der Stadt unter Kontrolle. Ich mach dich wach. Ich mach dich schlapp. Es ist nur zu deinem Besten. Ich mach dich schlapp. Ich schlapp. ARD Text im Auftrag von Funk